Bist du schwul? Hat mich der Christoph Grissemann, der von Willkommen Österreich, diese Woche gefragt, als ich dort zu Gast war. Ja, Bisse, habe ich geantwortet. Naja, was sollst du antworten, wenn er dich so fragt. Es ist bekannt, dass ich so ziemlich hetero bin, verheiratet und überhaupt. Aber es freut mich dann selbst in der Nachbetrachtung, dass es mich nicht reißt, auf diese Frage hin, sondern, ja, er wollte da mit mir kokettieren, das ist in Ordnung, aber du bist halt schwul oder nicht, ich bin es halt nicht, so what? Du hast rote Haare oder braune, du hast blaue Augen oder, keine Ahnung, grüne, du bist groß oder klein, bist Asiate oder Europäer, du bist es halt. Und ich finde es eine wahnsinnige, fortschrittliche Leistung, eine echte Form der Emanzipation und der Selbstermächtigung des Menschen in seinem Wesen, dass wir das eben nicht mehr stigmatisieren, dass wir das nicht mehr abstempeln als falsch, böse oder sonst was. In Österreich funktioniert leider nicht an allen Orten auf dieser Welt, selbst in unserer Nähe, also in Tschetschenien werden Schwule dafür ermordet, dass sie schwul sind. In einer ehemaligen Republik der Sowjetunion, also das ist nicht so weit weg, das ist ein paar Mal ums Eck da. So wie halt an anderen Plätzen auf dieser Welt ein Neugeborenes da schlagen wird, weil es ein Mädchen ist. Das sind Dinge, die sind so abartig, letztklassig, unmenschlich, dass es immer wieder unseren Widerstand braucht, auch wenn es nicht bei uns passiert. Es gab Zeiten, wo das bei uns auch sehr, wo es einfach völlig nicht vorkommen durfte, also und die Zeiten sind nicht so weit weg. Ich kann mich erinnern, in meinen Jugend, in meinen Kinderjahren, aufgewachsen in einem Gebirgsdorf, da war das Thema, gibt es Schwule bei uns? Sind Schwule unter uns? Das hat man gar nicht gestellt. Also ich kann mich erinnern, dass man ein bisschen gemauschelt hat, der eine Typ da, der ist vom anderen Ufer. Das war der Code dafür, dass mit dem, was nicht in Ordnung ist und dass da was falsch ist und dass der da was eigentlich Illegales ist oder was vielleicht Krankes. So denken ja auch noch manche Würdenträger von manchen Institutionen in diesem Land. Da hat sich viel geändert. Also wenn ich jetzt auf Ferien bin bei meiner Mama, dann treffe ich da freundschaftlich Bekannte, die miteinander geheiratet haben und mitten ins Dorf ein Haus gebaut haben. Ja, es gibt auch schwule Häuslbauer in Vorarlberg. Ich finde das großartig. Ich sage immer, es gibt mehr schwule Bergbauern in Tirol, als ich der Tiroler Bauernwund vorstellen kann. So ist es. Und sind wir froh, dass es so ist. Und diese Woche ist Pride, ist Regenbogenparade in Wien. Und ich finde das immer ein großes Fest der Lebendigkeit, dort hinzugehen. Das ist schon eine Art von Vibration, die mir taugt. Und die Botschaft ist auch so wichtig. Zum Beispiel, wenn die Ehe für alle immer noch nicht umgesetzt ist, in vollem Umfang in Österreich, zumindest nicht von der Politik umgesetzt, sondern sie wird gehebelt von der Justiz, dann ist das ein Armutszeugnis. Weil es, warum soll da ein Unterschied sein? Und ich habe mich auch im Laufe meines Lebens damit auseinandergesetzt und gelernt, dass das kein Unterschied sein soll. War nicht immer diese Meinung. Mein erster Firmenpartner war schwul, da habe ich was gelernt. Meine erste Geschäftsführung bei Nicht-Promito, also das war meine Firma, bei Neos war lesbisch. Unser Instaboy ist verheiratet mit einem Mann, sitzt gerade hinter der Kamera. Alles Menschen, kann ich berichten. Und ich freue mich zum Beispiel, dass meine Mama das auch, die hat es, glaube ich, verstanden, im Kennenlernen dieser Menschen. Ah, sind Menschen, so wie du und ich. Und sind halt groß, klein, dick, dünn, schwul, hetero. Also Ehe für alle halte ich für wichtig. Warum? Das Signal ist ganz klar, dort, wo Menschen in Liebe zueinander, Verantwortung füreinander übernehmen, dort soll der Staat nicht sagen, ich lege der Stein in den Weg. Da soll er sich freuen und soll sagen, heiter, weiter. Schön, dass hier Liebe ist. Das ist die Botschaft zur Woche. Ciao. Das ist die Botschaft zur Woche. Vielen Dank.